Ich probiere jetzt einfach mal einen Draufgänger nochmal, das ist doch mein Part. Ja, ich flieg dich durch, durch die Station, ja, ich sag dir Bescheid. Bist du hinten an der Luke? Ich bin an der Luke. Okay, dann 20 Sekunden. Okay. Ich hab Raketen an mir dran. Oh Gott. 10 Sekunden. Oh Gott, die schießen auf mich, die schießen auf mich. Ja, 10 Sekunden. Ja. Okay, und... Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Da sind wir wieder im Verse und haben uns wieder was Spannendes, Schönes ausgedacht. Ja, ganz frontal meine Freelancer hier, unser Transportschiff für heute. Und ich habe eine kleine Eskorte um mich herum. An meiner Backbordseite ist der Vestim zusammen mit Macy. Vestim fliegt und Macy ist im Geschützton drin. Sagt mal hallo ihr zwei. Hallo zusammen. Jo, ihr kennt mich ja. Sehr gut. Und dann habe ich den Wiesen in seiner Super Hornet. Hallo Wiesen. Hey, hey. Für mich egal. Position, damit es hübsch aussieht. Sehr gut. Und ja, Schluss und letztendlich haben wir noch den Dozer bei uns hier. Und Dozer, du kannst ja mal selber sagen, was bei dir gerade los ist. Denn du bist eigentlich unser Mission Objective heute. Herzlich willkommen am Arsch. So, ja. Ich habe ein kleines Problem. Und zwar müssen die Jungs mich aufsammeln und mich auf eine Reparaturmission schicken. Irgendwie Ironie des Schicksals ist noch gelinde gesagt. Ich und reparieren. Passt zusammen wie Schweine und Fahrrad fahren. Anyways, jedenfalls. Ja, ich sitze jetzt hier auf meinem Allerwertesten und warte. Okay, alles klar. Also Dozer müssen wir abholen. Die Mission des Ganzen sieht so aus, dass wir ihn abholen und erfolgreich zum Security Outpost Korea bringen müssen. Dort muss er in die Lobby und wenn er es dorthin geschafft hat, dann ist die Mission geschafft. Und natürlich haben wir auch Gegner, nämlich an der Zahl vier Stück aufgelistet. Und Garus, Sly, Lazarus und Drago, die alle versuchen werden uns aufzuhalten. Und von daher würde ich sagen, Jungs, wir starten jetzt mal in die Mission. Auf, auf. Auf, auf. Gut. Sehr gut. Freut mich. Dozer, wo bist du denn jetzt? Äh, Cryastro, 042. Habe ich mir hier untergeschossen und bequem gemacht. Gut, dann, ich bin ausgerichtet. Ich ebenfalls. Ich auch. Bei mir ist es obstructed, aber das wird wahrscheinlich einer von euch sein. Ja. Ich beginne mit der Sprungsequenz. Ja. Weiter, Kumman springt zuerst. Check. Und eins. Sprung. Jawohl, weg ist er. Bin drin. Die Vanguard als nächstes. Und drei, zwei, eins und Sprung. Macy, alles klar da oben? Ja. Bin dabei. Super. Er ist frei. Ich springe. Aber ich habe einen Feindkontakt. Eins und Jump. Du bist da? Ja. Ich bin hinter dir, Ui. Also, die werden wahrscheinlich relativ schnell darauf kommen. Ich bin angekommen, dass der hier im Cryastro ist. Ich höre Sprungantriebe und irgendwer pfeift um die Station rum. Wenn ihr Crusader zu rechten habt, um Cryastro zu linken, bin ich auf der ganzen linken Plattform. Oben. Hast du die Nummer? Es stehen keine Nummern. Okay. Da ist ein großer Schraubenschlüssel drauf. Das sind so Dinger, mit denen man Schrauben lose macht. Gell, Wiesen? Weißt du, wie das aussieht? Er ist schon wieder in Stimmung. Mal sehen, ob er gleich noch in Stimmung ist. So, das wird spannend jetzt. Ähm. Ich fliege jetzt eigentlich auf diese... Ähm. Also, wenn ich... Wenn du mein... Ja, komm straight auf mich zu. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Ich werde... Wiesen dreht hier irgendwie seine Pirouetten. Ich werde mich jetzt davor setzen, sozusagen... Punktstille, kurz bitte. Hat gerade das Gefühl, schon eine Signatur zu erfassen. Ich habe noch nichts auf dem Radar. Versuchen wir mal, was aufzuschalten. Ähm, Leute. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen weiter absetzen von der Station schon, um unseren Sensorreichweite zu erhöhen, ja? Mhm. Okay. Machen Sie gerne mal an die Venga, bleibt das aufs Korte hier, ja? Ja. Ich... Ich decke... Ich decke Sawyer. Ja. Ich höre jetzt mal die Kreisbahn hier einfach. Ich habe schon angesehen. So, ich komme jetzt jemanden an. Ich sehe auch keine andere. Also, ich vermute mal, dass es die ist. So, ich bin da, Leute. Gerade hier. Jetzt da. Alles klar. Gut, aber wir würden jetzt ehrlich sagen, wir fliegen jetzt los. Quai erst los. Servus. So, kann ich auf diesem Fett landen? Ja, ich sehe dich. Ja, komm einfach runter. Oder dreh dich um und mach die Klappe auf. Ich würde sagen, ich drehe mich jetzt. Und... Ja, dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Ich habe kein gutes Gefühl hier unten auf dem Präsentierteller. Alle, hopp! So, ich pusze mich mal hinter, äh, vor Sawyer. Und drehe mich auch mal. Direkt auch als Schild in den großen Raum zu agieren. So. Alright, klapp. Immer noch keine feindlichen Ziele. Alles klar. Innen drin. Hau rein. Ich setze mich in den Turm. Ja. Und keine Sekunde zu früh. Und los geht's. Ich war schon durchsprünglich. Und sprung. Alle weg. So, ich bin da. Ja. Ich bringe das auch hinterher. Was denn? Ich hab was denn mal aufgeschrieben. Da sind sie. Ich versuche es mal rüber, Leute. Ich hab es funktioniert. Weiß ich hab Sprünge gehört. Sprünge ist da. 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 Ich bringe sofort bitte. Ich bringe 3, 2, 1 und jump. ich bin drin im system ist noch nicht wenn wir schnell springen dann security post korea wo sind sie der was der security post korea begoniert der beste auf 13 km ich fliege hier security post im herr da ist im sauer hingeflogen keine ziele bis jetzt vanguard ist hier ist da angekommen ich werde beschossen lande anflug bitte abbrechen ausweich manöver leiten ich breche ab ich hab's leider getroffen immer schnell weh bilder dauernd schilder dauernd durch die stelle daraus sammlungs dran mäßig auf garus ja wendeweih holy fuck was ist denn das oh ich glaube die connie ist direkt voraus 9 kilometer die ist zehn kilometer weg ja ich glaube der turm das wird auch immer mehr ja ich hab ihn gleich so sei er hat eigentlich glaube ich genug erst mal ich greife mal die connie an ich kann nicht mehr lange durchhalten noch mal eine welle cs-raketen das war ja wenn du noch paketen hast dann mache ich gerade jetzt ab die connie abschießen die ist fast hin check connie nehme ich ins ziel mann oh mann er verbräte aber uh halli da fliegt aber ein bisschen was hier oder denn da ich habe ich habe ich habe es live verloren haben wir den zerstören verloren keine ahnung das ist ausgestiegen okay ich habe trage passiert uns gerade frontal hat mit connie ist direkt hinter uns die connie ist direkt hinter uns da war so keine kolle keine ahnung was das war aber alter ich sehe überhaupt nichts das wird mir echt ein klein wenig zu heiß muss ich sagen ich glaube ich habe mich mal zu station zu ja ich probiere einfach mal halt so irgendwie der beeilung ich versuche sie einfach zu beschäftigen ich probiere jetzt einfach mal drauf gehen das ist noch mein part ja ich weiß ich durch durch die station ja ich sage dir bescheid bist du hin ich bin an der luke ok dann 20 sekunden ok oh gott die schießen auf mich die schießen auf mich ja zehn sekunden ja ok und mit draußen ok ja dann bin ich jetzt einfacher kampfteilnehmer wenn ich sowieso meine schilder ja du einfach so war ja hilf mir bitte die zahlen erledigen gerade meine schilde so mein höchstens auf zwei kilometer vom outpost entfernt jetzt muss ich den raketen leider manuell ausweichen wie sieht es aus ich muss mich eigentlich zurückziehen leute ich versuche sie ich habe touchdown bewege mich auf die luftschleuse zu sehr gut ich bin im schäfernschläge die conny zieht sich zurück im cruising speed im centrum ja die lobby neuer start und zerstört jawohl ich bin zerstört aber ich habe den wiener das sind noch abgesetzt sehr gut gut ich bin an der luftschleuse ok team hyper wengard force kommt wieder so hoffentlich knallt mich jetzt hier kein halbstarker ab ok leute ich gehe auf cruise speed ich versuche sie zu locken ich bin in der lobby ok ich muss mich gerade zurückziehen ich verliere gerade meine schilde raketen habe ich evaded übrigens leute das hat auf jeden fall geklappt sehr gut der intruder ist drin super und hier wird direkt auf mich geschossen oder ne hier ballert aber irgendwer versteckt dich ich hab laso auf dem schirm ich zieh mich zurück ja die folgen mir nämlich ich zieh mich mal zum repair hub zurück ja kastro ich bin raus gut das war das war jetzt tatsächlich ein erfolg anyways aber ich würde sagen ja liebe freunde das war es für euch von uns hier heute auf den köln academy channel liegt uns oder dislike und wenn ihr uns total scheiße für was wir hier machen oder abonniert unseren kanal das sind wir total geil und wenn ihr bock habt könnt ihr uns auch gerne hat auf patreon unterstützen schaut einfach mal unten auf den link schaut euch da mal um vielleicht gefördert euch ja irgendwas und dann ja hoffen wir halt so irgendwie euch hat es wieder gefallen schreibt uns in kommentare was ihr sehen wollt was ihr nicht sehen wollt was ihr mochte was ihr nicht mochtet und ja da würde ich jetzt einfach sagen wir gemeinsam verabschieden uns jetzt wie immer mit einem gemeinsamen 3 2 1 frechheit erschieß ihn sofort